Wenn wir länger als 10 Minuten brauchen, ist das ein Fail, das ist eigentlich ein Fail. Sieg ihr euch die Münzen wieder ab. Man weiß ja wo die Gegner kommen. Dann ist ja gleich alles weg geworden. Also Moment ich muss mal Ethersight anmachen. Speed ja, aber die Gegner muss auch sein. Ach mag ich's kurz auflayern? Keine Zeit mehr. Gut dass ich keine Granaten hab. Naja wo ist die denn schon wieder? Die hat schon da. Ja, Halleluja. Merci. Schreber komm. Ich krieg den Sniper nicht, weil er wie blöd da rumläuft. Eins hab ich. Ja, unsichtbar gekommen. Die Schar verzählt sich nach deinem Licht. Schark, komm. Zu spät. Schade ist kaputt. Hier ist übrigens kein Lichtschalter an, gell. Boah, was? Ach, die mahnen Akkus Schaden. Na, kann man pass auf. Ja. Was? Warum? Ich schieß mal komplett ins Leere, ey. Ah, warte mal. Ich hab unendlich Schwere. Ich kann nicht mal Donnerlord spielen. Instant Reload. Was? Granate? Och, komm. Nee. Nichts gesagt, oder? Nein, nein. Jetzt. Ich muss grad nur mal die Schwere aufpinken. Okay, hab alles. Nix einsammeln, weiter. Speed, speed, speed. Denk dann das Raumschiff und dann die Geschütze. Und dann die Schweber von hinten. Nein. Nein. Granate verschließen. Was machst du denn? Unsichtbare. Schweber. Gästig. Wo ist das? Am kriter. Die H segernos... Gästig. Die Hände boppen. Taktieren. Die Hände. Ich schrauze. Die Hände. Ich schrauze. àystume. Sie sind schrauze. Kannst du auch mit einem Scoutgear oder so wegschieben. Irgendwas killt mich hier von irgendwo. Jawoll, ist kaputt. Der Sniper ist noch da. Ist down. Killt das Geschütz. Ja, ist kaputt. Der ist ja gar keiner mehr. Oh nein! Oh, Raumschiff kommt. Schlitz ist kaputt. Ab alle. Weiter, 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 weiter. Weiter. Es buckt wieder. Einer muss zurückgehen. Einer muss zurückgehen. Es buckt wieder. Wir haben ihn zu schnell gekillt. Man, das war das letzte Mal auch schon. Da muss man nur 20 Sekunden warten. Einmal noch ein Gelber. Geht gleich weiter. Ja, weiter, 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 weiter. Es ist so lächerlich. Ja, ich weiß. Alles. So, jetzt an allem vorbei rein, was da ist. An der Omnigul gar nicht auf die Omnigul schießen. Direkt weiter und hoch zu ihr. Ich skill jetzt um. Hier müssen wir nur ein paar Sphären machen. Unterwegs. Nein, hier hab ich verdrückt. Was ist da los? Es buckt alles. Und dann nicht aus der Bubble rausgehen. Nur kurz schießen mit Shotgun und dann wieder direkt in die Bubble rein. Wenn wir sterben, ist es eh fail. Aber dann sind wir eh wieder bei der Omnigul. Deswegen machen wir es ja nicht in Demo. Ja. So viele wie gehen. Wenn du 8 schaffst, wärs gut. Ja, dann geht weiter. Dann müssen wir die Sphären beim Omniguls einziger Zweck ist, Kotas Rückkehr einzuleiten. Sie hat versagt. Doch sie wird nicht aufgeben, bis der Wille ihres Meisters vollbracht wurde. Ach, ist doch wurscht. Freik mal alleine. Nein, nur noch Shotgun. Nichts mehr nehmen. Nur noch Shotgun. Um Türen zu öffnen. Ja, Akkus Shotgun. Sonst ging es eh nichts. Dann nimm ein Fusionsgewehr. Oder eine schwere. Raketenwerfer oder sonst was. Du musst dann ein bisschen entfernt stehen von der Bubble. Jetzt macht es Fähren, wie viel sie geht. Omnigul, zerstöre sie! Okay, ich bin voll. Rennen wir durch. Rennen wir durch. Auf geht's. Komm. Einfach durchrennen. Bis zu ihrer Position. Ihr müsst halt springen. Springt, 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 springt. Springt! Mit ihm wieder aus. Springt! Alter, hier sind 3 Ritter. Keine Chance. Kill dich. Lass dich killen. Lass dich killen. Vielleicht wird er direkt zum Omnigul gesetzt. Ja, das ging gar nicht. Da bin ich niemals durchgekommen. Komm jetzt direkt zu Omnigul. Ey, wo sind wir denn jetzt? Ja, guck. Okay, Fail. Dann machen wir es nochmal. Ach, so ein Scheiß, ey. Da hat irgendeiner geschrieben, du kannst durchlaufen. Aber wahrscheinlich musst du... Lass mal jetzt probieren, durchzulaufen. Jetzt einfach an ihr vorbei. Nicht schießen auf sie. Und? Geht das? Schafft man das? Ja, komm weiter. Ja, komm. Jetzt müssen sie spawnen hier oben. Oder? Ja, top. Was ist das für ein Fail? Was ist das denn jetzt? Wenn sie sich da draußen ist. Dann killst du halt hier die Gegner. Ja, komm. Oh, die ersten kommen schon. Die ersten Pupster-Daten sind so da. Oh, Omnigul kommt. Omnigul kommt. Die sind da unten. Die muss aber hier hochkommen, wenn wir sie blenden werden. Die brauchen die aber hier oben. Was ist mit der? Ja. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Macht sie alle. Hier unten. Hier unten. Hier direkt davor vom Eingang. Ja, geht sie, geht sie, geht sie, geht sie. Hier oben. Hier oben. Oben bei mir. Ja, keine Chance. Hä, steht die Bubble noch? Ja, ich hab keine Spezialmedizin mehr. Ich hab jetzt halt. Warte, ich hab gar keinen Super. Okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Oh, ich war zu schnell dauernd. Hey, du hast perfect! Hier oben gucken. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben oben. Ich seh gar nicht, wo die Bubble ist. Die ist auch gleich weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Ich hab gleich meinen Super. Geh mal da wieder hoch, komm. Aber schuf halt mal die kleinen da rein. Geh gefallen. Private, ich muss kurz regenerieren. Okay, ich geh hoch, ich geh hoch. Okay. 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 Die ist von unten rein. Die sind reingeflogen und dann standen sie unter uns. Das bringt glaube ich nicht viel. Den machst du lieber auf ihn. Mach auf ihm die Bubble. Oder das? Ich hab ne Bubble, ich hab ne Bubble. Aber ich kann nicht hin. Alter. Alter. Jetzt macht sie alle. Oh mein Gott. Die Agenten des Willens von Cota wurden besiegt. Was? Zehn Minuten? Das war jetzt für 20. Drei Fehlversuche oder so. Du hast ihnen etwas Neues zu fürchten gegeben. Ne mit sie ja nicht. Ich sage es in 1958 oder so. Ja. Ja. Ich hab nur einen Spezialwaffenkill. Neu. Ja. Ja.